Aber es macht schon Spaß, das ist gar keine Frage. Auch wenn ich jetzt hier selber auf den Sack kriege oder so. Naja, das wird besser in einer Zeit. Ja, ja, das ist definitiv. Also so zweieinhalb, maximal drei Stunden kann ich sowas spielen. Dann bin ich am Ende, dann brauche ich was anderes. Das ist, das geht. Ja, das habe ich ja gesagt. Das war bei mir früher nicht so. Früher habe ich das nur so gespielt. Ich habe alle Call of Duty-Teile, das war ja genauso. Mit springen, hüpfen und irgendwo. Fand ich mega krass. Also dieses ständigen Action-Sein fand ich mega geil. Aber jetzt, wo ich so etwas älter bin, bin ich etwas gemütlicher. Also ich spiele eher mit Köpfchen oder wo ich einem helfen kann, weißt du so. Oh, 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 Schrotflinder. Nicht einen erwischt von den Huren Söhnen. Das habe ich früher schon gehasst, ne? Was denn? Wenn ich so im Fighten war und versucht habe, einen Punkt zu halten und plötzlich einer von hinten kam, ne? Das ist halt einfach bei den Spielen so, ne? Aber das hasse ich, weil ich darauf gar nicht, ich weiß ganz genau, die kommen von vorne, die Feinde, so wie die Front eben, ne? Ja, das ist halt, das ist bei Escort ist das anders, die kommen dann von der Seite, weil sie, ich meine, stellenweise manchmal auch umrunden sie dich, das ist aber auch wieder nicht schlecht. Dieses Drecksviech, ne? Hat mich jetzt schon zweimal weggemacht, Alter. Dieses Gleitfahrzeug von dem Kasper, weißt du? Ja. Einer steht auf dem Turm oben. Wieso fällt sie denn nicht um, Alter? Das gibt es doch nicht. Ich schieße hier mit der Vector, Alter. Das prasselt nur so auf sie ein. Hast du dir gedacht mit deinem Scheißdrahmenanzug? Achso, das war einer von uns. Ach Alter, wie kommt der denn da oben auf den Turm hoch, Alter? Hier hinten ist so ein Eingang. Naja, und so eine komische Dänks hier. Das war's für heute. Oh, Alter, was haben die denn für Wacken, Junge, mit so'n Gläserstrahl, Junge? Wer mich in zwei Hälften teilt, Alter, willst du mich verarschen, oder was? Ja, ich seh gar nicht mehr durch, Alter. Was bist du denn, du hässlich, Junge? Ja, der stirbt doch auch einfach nicht. Lass's gut sein, Digga. Hässliches Schwein. Er kratzt einfach nicht ab. Er wirft hier irgendwelche... Wie heißen die denn? So eine Bomben, wenn wir hier so eine Tonne... Granaden, oder was? Keine Ahnung. Hey, so eine Tonne war das. Achso, eine Tonne. Okay. Ja, ja. Wo ist denn jetzt der Punkt hier? Willst du mich verarschen? Ich bin schon wieder auf die Maustaste gekommen. Wo ist denn der Drecks... Jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei mit euch. Ich weiß, wo der Drecksratten steckt. Ach, Mist. Zu spät gesehen, das unsichtbare Scheiß. Wir brauchen Punkte. Wir müssen da rein, Jungs. Wir müssen da rein. Er verreckt einfach nicht, Alter. Ist denn das die Möglichkeit? Schieß das... Oh. Danke. 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 Wie ihr zwei, drei Leute weg macht, mit Springen, Rundrutschen und so weiter, Alter. Das ist echt schön. Das war Tübe. Auf dem Turm steht wieder so ein Homoförster, Finsternis, Alter. 97. Hä, das war ein Gegner? Ich dachte, das war einer von uns. Alter, was ist denn? Ich verstehe es nicht, Alter. Kann ich nicht verstehen, Alter. Wie seine Wappe schneller schießt, das meine, obwohl er dieselbe hat, Alter. So, ich wünsche, kann man nicht schießen, aber weh. Das weiß ich nicht. Irgendwie nicht. Na ja, vergiss es nicht. Da kam eine Art des Bärfers, oder was er da hatte. Oh, was steht sie denn? Mach da oben! Die stehen nebeneinander, sie bringen sich nicht um, aber das ist doch nicht zu fassen. Jetzt habe ich die Übersicht von noch nicht. Die Übersicht von unten. Alter, was für ein Pfeil, Alter. Muss der scheiß Punkt. Alter, was bist du da für ein Klirchen, Alter. Mist, ich wollte ja auch noch in die Fresse hauen. Stopp einfach nicht. Alter, ich habe 41 Kids. See you well. Thanks,Иro. wir brauchen noch zwei punkte glaube ich dann haben wir das spiel gewonnen sehr schön mit dabei also 47 kills ich war ein tier und mori wo ist noch die 26 auch gut 1,9 das ist doch ein bestes spiel aber also die vektor ist ich liebe das ding ja ich habe ja noch nicht was für level bist du weiß ich gar nicht wo sehe ich das 2 glaube ich soweit ich das hier oben sehe ja das ist du hast halt hier auch ein charakter level weißt du ich bin mit dem level 5 mit meiner heilerin level 8 ich weiß nicht ob du hier auch noch die 20 ist glaube ich da pedal bass tier 3 ist die vektor ja es geht aber relativ schnell also von tier 3 zu tier 4 ist es ist der wahnsinn ich habe nicht mal da brauchst du über 400.000 punkte ich habe nicht mal die helft